Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Infovideo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Internetbetrug. So könnt ihr versuchen, euer Geld zurückzuholen. Online einkaufen ist bequem. Die Auswahl ist gigantisch. Schön, wenn alles mit rechten Dingen zugeht. Doch was tun, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist und die Lieferung der Ware ausbleibt oder das bestellte Produkt nicht existiert. Im Jahr 2018 wurden in Deutschland mehr als 50 Milliarden Euro im Online-Handel umgesetzt. Tendenz steigend. Jetzt während Corona natürlich noch viel, viel mehr. Die gute Nachricht, die meisten Geschäfte, die im Internet abgewickelt wurden, sind seriös gewesen. Gleichzeitig ist das Internet aber trotzdem leider ein Tummelplatz für Betrüger. Auch bei größter Vorsicht. Ein Opfer krimineller Angriffe kann man auch im Internet leicht werden. Die Masche ist eigentlich immer dieselbe. Es werden Waren zu sehr günstigen Preisen angeboten und ihr werdet aufgefordert, in Vorkasse zu treten. Die Ware selbst kommt aber nie an. Und auch auf die Tradingmaschen trifft. Das natürlich zu. Unseriöse Angebote lauern nicht nur in fragwürdigen Online-Shops, sondern auch auf Verkaufsplattformen wie Ebay oder Amazon Marketplace und auf Kleinanzeigenportalen. Gerade sehr günstige Angebote und bei Anbietern, die Zahlungen ins Ausland verlangen, ist größte Vorsicht geboten. Insgesamt gilt, gerade bei bislang unbekannten Online-Plattformen oder Online-Händlern sollten alle misstrauisch sein. Wenn Vorkasse geleistet werden soll, Anbieter und die Seriosität der Firmen, könnt ihr durch Eingabe des Firmennamens im Internet einfach in der nächsten Google-Suchmaschine oder welche Suchmaschinen auch immer geprüft werden. Achtet außerdem darauf, ob ihr euch auf der echten Internetseite des Anbieters befindet oder auf einer gefälschten Kopie. Also Stichwort Phishing und Fake-Shops. Das Ganze kann man ganz oben im Adresskopf des Internetfensters, also vom Browser, nachschauen. Kleines Beispiel mit der Verbraucherschutzzentrale. Man hat ja dieses grüne Schloss oder allgemein ein geschlossenes Schloss vor https www.verbraucherschutzzentrale.de stehen. Auf dieses Schloss kann man in den meisten Browsern einfach draufklicken und schauen, ob die Verbindung sicher ist. Des Weiteren heben mittlerweile viele Computerprogramme, also Internetfenster, die echte Domain vor. Es kann zum Beispiel auch eine Fake-Domain generiert werden mit verbraucherzentrale.de und dann irgendein Name .io. Dann ist das Letzte, also die letzte Endung die echte Domain und alles, was davor steht, ist eine Sub-Domain. Das heißt, es könnte ein Fake-Shop sein. Ganz am Anfang steht zwar die richtige Seite, auf die ihr eigentlich sein wollt, aber danach kommt noch etwas anderes und das ist auf jeden Fall fragwürdig. Wie gesagt, richtige Browser heben mittlerweile die echte Domain auch vor, auf die ihr dann letztendlich wirklich landet. Der Browser kann da unterscheiden, ob es eine Sub-Domain oder irgendeine andere Seite ist und somit werdet ihr darüber quasi in Kenntnis gesetzt, auf welcher Webseite ihr euch wirklich befindet. Wie hole ich mein Geld zurück? Solltet ihr trotz aller Vorsicht dennoch auf Betrüger hereingefallen sein, müsst ihr euer Geld nicht immer gleich verloren geben. Es gibt Möglichkeiten, zumindest einen Teil davon zurückzuholen. Überweisungen, Lastschriften, Kreditkarten, Bezahldienste oder Bargeldtransferdienste. Die Möglichkeiten, mithilfe eures Finanzdienstleisters euer Geld zurückzufordern, unterscheiden sich im Detail. Eine Überweisung, die ihr selbst getätigt habt, kann nicht mehr rückgängig gemacht werden, wenn eure Bank den Antrag schon durchgeführt hat. Da hilft allenfalls ein schneller Anruf. Nur wenige Banken bieten hier allerdings eine Stopp-Funktion für wenige Minuten nach der Transaktion an. Hier hilft tatsächlich nur Glück und vorherige Recherche, ob eure Bank das anbietet. Am einfachsten ist es, eine SEPA-Lastschrift zurückzuholen. Eine berechtigte bzw. genehmigte Lastschrift könnt ihr innerhalb von 8 Wochen ab dem Zeitpunkt der Abbuchung zurückbuchen lassen. Das geht bei Fällen von Betrug sogar bis zu 13 Monaten nachträglich. Eine SEPA-Lastschrift ist vom Prinzip, wenn die Gegenseite von eurem Konto abbucht. Das müsst ihr genehmigen. Fehlt hier die Unterschrift und die Gegenseite kann das nicht belegen, dass ihr das wolltet, können die auch nichts dagegen tun, wenn ihr das Geld zurückzieht. Auch Kreditkartenzahlungen können rückgängig gemacht werden. Im sogenannten Charge-Back-Verfahren können Zahlungen storniert werden. Dies kostet in aller Regel allerdings eine Gebühr bei den Kreditkartenunternehmen. Das kommt hier natürlich wieder von Unternehmen zu Unternehmen drauf an, welche Gebühr dort erhoben wird. Bei vielen Internetbezahldiensten, wie zum Beispiel Paypal, springt der Käuferschutz ein. Zumindest jedoch nur bei Warenverkäufen. Nicht aber bei Gewinnspielen oder Abonnements. Auch nicht bei Trading-Webseiten. Achtet immer auf die Nutzungsbedingungen hier. Anders bei Zahlungen via Bargeldtransferdiensten, wie zum Beispiel Western Union oder MoneyGram. Bei diesen Diensten ist ein Rückruf des Geldes so lange möglich, bis das Geld in der Filiale vom Empfänger persönlich abgeholt wurde. Wenn ihr eine Straftat entdeckt, müsst ihr also sehr schnell sein, ruft umgehend die Betrugshotline des Anbieters an. Das Problem hier ist natürlich in der Regel, dass man den Betrug erst dann feststellt, wenn die Ware nicht ankommt. Und bis dahin ist oftmals das Geld schon abgeholt. Und somit hat es sich dann erledigt. Passt also von daher immer auf euch auf, was ihr macht und wo ihr unterwegs seid. Es gibt Möglichkeiten, das Geld zurückzuholen. Allerdings sind diese nicht immer einfach oder vielleicht auch gar nicht mehr möglich, weil es einfach zu spät ist. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch in eurem Umfeld auf irgendeine Betrugsmasche hereinfällt. Informiert alle in eurer Umgebung, dass es verschiedene Betrugsmaschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso mehr Menschen werden von diesen gemeinen Maschen eben nicht betroffen sein. Klar ist auch, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Doch es gibt sie allerdings, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos in den sozialen Medien oder direkt im Chat oder in eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne jetzt noch auf das letzte oder ein anderes Video aus der Playlist. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.